Tödlicher Unfall in der Hamburger Neustadt. Heute Mittag kurz nach 12 Uhr ist es am Baumwald zu einem Verkehrsunfall gekommen, wieder mal zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Dabei ist die Radfahrerin ums Leben gekommen. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 71-jährige Seniorin den Gehweg in Richtung Helgoländer Allee und fuhr aus ungeklärter Ursache unvermittelt auf den angrenzenden Radfahrschutzstreifen. Ein parallel fahrender Lkw stieß daraufhin mit der Radfahrerin zusammen, wodurch diese tödlich verletzt wurde. Mehrere Augenzeugen standen unter Schock und wurden von dem Kriseninterventionsteam des Deutschen Rottenkreuzes betreut. Weitere Details zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.